Backcountry's King ist nicht nur die traditionellste Art des Skilaufs auf der Welt, sondern im Prinzip auch eine perfekte Möglichkeit, deine Umgebung rund um dein Haus und auch die entlegensten Gebiete der Welt auf Ski zu erkunden. Es ist nicht nötig, dass man einen Lift hat, eine präparierte Piste oder präparierte Langlaufläupe. Für diese Art vom Skilaufen genügen 5 bis 10 cm Schnee und schon geht's los. In unserer brandneuen Adventure-Kollektion bieten wir zwei Segmente an. Zum einen die OTX-Kollektion und zum anderen die Transnordic-Kollektion. In dieser Kollektion bieten wir auch ein komplett neues Design. Das Hauptelement ist dabei der Arctic Circle, sprich der nördliche Polarkreis, der um die ganze nördliche Hemisphäre reicht und somit das verbindende Element über den Globus darstellt. In der OTX-Kollektion sprechen wir von einer großen Vielfalt an Modellen, von schmalen Skiern, die sogar noch in der Läupe passen würden, bis hin zu sehr breiten, stark teilierten Modellen, mit denen ich mich wirklich am Berg in alpinen Regionen bewegen kann. Das Hauptelement dieser neuen Kollektion ist auch ein neuer Holzkern, der uns eine Gewichtsersparung von 150 bis 200 Gramm pro Paar bringt. Bekannt in unserer Adventure-Kollektion ist auch das Easy-Skin-System. Durch den Skidurch fixiert man einen kurzen Fellstreifen, der entweder über der Wachszone oder über der Crown-Steighilfe positioniert wird und so im steileren Gelände für noch mehr Grip sorgt. Ganz neu für die nächste Kollektion ist das Dual-Skin-System, sprich wir bieten zum Easy-Skin-System dazu ein vollflächiges Fell, das in der Schaufel eingehängt werden kann, über den ganzen Ski geht und am Ende des Skis mit einem Metallhacken fixiert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017